So, das war's mit IVECO. Es war eine tolle Zeit. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Jetzt wird er leider verschrottet. Und? Willst du nicht irgendwie ein Intro machen? Herzlich willkommen Leute zu einem neuen FUSCHPLOS Video. Ich heute in der dokumentarischen Rolle werde Max ein bisschen filmisch unterstützen. Die letzte Schritte im IVECO Umbauprojekt. Ich bin sehr gespannt, ob er es heute schafft sich. Was hast du vor? Was willst du bauen? Er hat alleine den Boden fertig gemacht. Er hat alles nochmal richtig verlegt. Natürlich mit Versatz, wie es so schön in den Kommentaren hieß. Hast du richtig gut gemacht. Danke für die ganzen Kommentare mit Versatz. War tatsächlich keine Absicht von uns. Wir wussten es einfach nicht besser. Aber ich dachte mir so, komm, jetzt ist alles schon mal drin. Jetzt habe ich selber keinen Bock mehr. Habe es einfach hier, jetzt noch links und rechts, die letzten beiden Dinger reingekloppt. Im wahrsten Sinne des Wortes reingekloppt. Du hast hier gar nichts mit Versatz neu verlegt. Nee, ich habe es jetzt einfach so gelassen, weil hier kommt ja eh das Bett hin. Daraufhin habe ich mir dann die Bettlatten genommen. Das sieht man nachher nämlich gar nicht mehr. Und wollte das Bett hier so montieren. Aber guck mal, das passt gar nicht. Das passt nicht. Viel zu lang. Ja, aber... Ich habe es schon versucht reinzukloppen, wie man unschwer jetzt an den weißen Bänden erkennt hat. Okay. Aber, wie es so schön heißt, wo ein Max und eine Säge ist, ist auch ein Weg. Deswegen habe ich das jetzt ja alles abgemacht. Jetzt nehme ich den hier einfach einen Zentimeter weg. Wird ein Bett gebaut, denn der Iveco kommt tatsächlich jetzt zum Service. Was wird denn da gemacht? Wir sind doch hier im Schrauberkanal. Wieso machst du es nicht selber? Zahnriemen war fällig. Dementsprechend wollte ich ja eigentlich das machen. Selber. Aber man braucht... Also, ich habe noch nie einen Zahnriemen gewechselt. Und man braucht dafür irgendwelches Spezialwerkzeug. Ich konnte es nicht schaffen. Innerhalb... Wie lange habe ich das Projekt jetzt schon? Will ich es wirklich wissen? Juli. Was ist denn? Anfang Juli, glaube ich, geklärt? Äh, zweieinhalb Monate jetzt. Hast du dein Metallsägeblatt nochmal kontrolliert auf eventuelle Beschädigung? Ah, jetzt läuft's. Meisterlich. Einfach abgesägt. Mit dem Metallsägeblatt. Einmerksame Zuschauer werden mittlerweile wahrscheinlich denken, was macht der Junge, der klopft ja alles nur noch hin. Das ist korrekt. Das, äh, ja, versuchst du nicht mal zu verstecken. Der Zug ist mittlerweile echt abgefahren. Ich will das Ding jetzt einfach fertig kriegen hier. Wie sind denn deine Pläne so dann damit? Was passiert, wenn... Oh mein Gott, das ist nicht dein Ernst. Ich habe weißen Dosenlack, alles gut. Meine Pläne, ja, ein Euro Ebay, ne? Läuft nicht, gibt's nicht. Spaß. Ich fahre auf jeden Fall damit erstmal in Urlaub. Nochmal ein kleiner Nachtrag zu der spontanen Lackieraktion. Wer hat denn die Säge ausgesteckt? Was? Aber ich glaube, hättest du hier noch eine zweite oder dritte Schicht gemacht, wäre es gar nicht mal so schlecht geworden. Aber ist nicht hundertprozentig denkend. Aber es sieht echt nicht so übel aus, wie es... Oh, okay. Dann filmt man wieder dahin und dann spürt man einfach wieder den Maximiliano in diesem Projekt. Das sind eigentlich unsere Akkubohrer. Das weiß ich nicht. Eigentlich wolltest du die aufladen vor drei Videos. Ich weiß nicht mal, wo die Aufladegeräte dafür sind. Also versuchst du jetzt gerade die originale Bettkonstruktion wieder herzustellen. Was ist überhaupt dein Plan? Was machst du da? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, wo ich hier reinbohren muss. Haben wir hier überhaupt Bretter hinter? Also die Höhe ist schon mal echt nicht schlecht. Umsetzung fragwürdig, aber... Haben wir eine Wasserwaage? Natürlich haben wir eine Wasserwaage. Oder? Dein Handy, wenn du sie herunterlädst im App Store. Du hast doch so einen magischen Werkzeugkasten. Es interessiert mich aber nicht, ob ich gerade bin. Weißt du, manche Leute bauen sich so mit Schienen so ein System, dass wenn ihr Van schräg steht, das ausgeglichen wird, damit sie auch ja gerade schlafen können und du so... Tipps da. Mhm. Luxusprobleme. Ah ja. Doch, ist gerade. Und wie läuft? Wie ist denn Gin gedroppt? Also es war eigentlich auch mein Ernst mit der Handy-App. Hast du dir noch nie eine App runtergeladen? Ein weirdes Placement, in dem wir uns jetzt gerade befinden für irgendeine Wasserwagen-App. Ich habe auf jeden Fall... Ach, ich sag's gar nicht. Ich zeig's euch einfach. Ha! Wollte ich gerade Einstellungen machen und da sehe ich schon wieder, was treibst du denn da für ein Schraubernack? Was ist das nicht? Bin ich mir auch nicht sicher, ob hier hinter wirklich ein Brett ist. Kannst du ja nochmal in unseren Videos gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass da ein Brett ist. Leg da doch mal dein Zollstock drüber. Oh ja. Angeblich ist es immer gerade. Also ich scheine ein gutes Auge dafür zu haben. Ja, Augenmaß ist dein Ding. Welches Ikea-Produkt war das nochmal, als die Leute das auch kaufen wollen? Jetzt kommt hier Werbung schon wieder. Wenn du zu arm für die Pro-Version von der Wasserwagen-App bist. Ich stelle mal kurz meinen Golfschläger weg. Eignet sich perfekt zum Golfen, so ein Iveco. Das ist aber nicht dein Plan, das da jetzt einfach draufzuschrauben, sondern du hast jetzt gerade geguckt, ob es gerade ist. Ob es gerade ist zwischen den zwei Balken. Das ist jetzt schon eine ziemlich geplante Aktion von dir, ne? Wie lang wird dein Bett jetzt im Endeffekt werden? Ja, zwei Meter. So wie jedes andere Bett auch. Hier liegt ja der Kontrollstab. Achso. Ach, guck mal an Leute. Wer es nicht gesehen hat, da ist ein Zollstock unten. Lieber einmal richtig messen. Ja. Das ist jetzt im Endeffekt Arbeit dann doppelt und dreifach zu machen. Das Motto des ganzen Iveco-Projektes. Hier wird nichts doppelt gemacht. Zweimal gemessen, einmal geschnitten. Woher weißt du, dass da jetzt eine Latte hinter ist? Ich weiß das nicht. Achso. Das scheint einem gewesen zu sein. Du hast dich mal so provisorisch auf das Ding da hinten drauf gesetzt. Müsst du ja eigentlich halten, ne? Du setzt auf die Tragfähigkeit des ganzen Konstruks. Hast du statisch berechnet und so. Als die Kamera kurz aus war. Wenn sich da halt so ein Haken draufschmeißt. Dafür ist es ja nicht gedacht. Das stimmt. Dafür ist es wirklich nicht gedacht. Du hast das ja auch zur Not, also nur als Tipp jetzt von einem Ausstehenden. Du könntest es noch mit Brettern da unten natürlich verstärken. Das sieht blöd aus. Wieso sieht das blöd aus? Mach doch einfach ein Zierbrett davor. Ne, ich will schon so eine freie Konstruktion. Damit auch alles, was du unter dem Bett aufbewahrst, schön rumrutschen kann. Das wäre auch mein Anspruch. Ich wollte gerade sagen, ich habe das Gefühl, du wirst langsam warm. Mit der Stichsäge. Du brüllst nicht mehr, wenn du sie benutzt. Brüll sie nicht mehr an. Also ich frage mich auch, wie du das schaffst. Dass jedes Brett da echt nur auf Stoß mit Hämmern reinpasst. Oder ist das so gewollt? Die Zuschauer und ich gucken gerade was anderes an. Und das sind die komplett zerstörten MDF-Platten. Ja, wo ist der jetzt drin? Das ging viel zu leicht. Ich habe zum Malen in gar nichts. Haben wir da nichts? Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob da was hinter war. Würde man behaupten, nein. Ja, mein Glück ist hier Qualitätsbrückung an der Tagesordnung. Ich probiere noch mal eine Etage für. Hä, das ist ja komplett schräg hier alles. Wolltest du, dass ich dir das sage, wenn es schräg ist? Es ist schräg alles. Warte, warte, warte. Was geht denn hier an? Ja, ja. Warum sagst du mir das denn nicht? Ganz lustig, ehrlich gesagt. Wie oft ist dir das schon passiert im Leben? Dass ich mich verschraubt habe. Aufgehört zu zählen ab dem Iveco-Projekt. Da war was. Und aus welchem Grund benutzt du da genau zwei Schrauben pro Seite? Also eine würde doch bestimmt auch halten. Wie kommt es, dass du da so die Spendierhosen dran hast? Eine Menge Schrauben übrig. Ja. Da hat sich bloßchen was angesammelt. Ja, ich würde ja gerne die erste Nacht in dem Bettchen jetzt schlafen, ne? Ja, aber du bist kein richtiger Fuscher und lässt den Zahnriemen machen. Da kann man nichts machen, ne? Und ich muss sagen, das Brett wurde anders montiert als das Brett. Ja. Und ich sehe von hier oben das Brett und das wird eine ganz knappe Nummer. Jetzt müssten die Zoom-Geräusche wieder da sein. Ja, ja, da sind sie. Voll verbohrt. Das interessiert mich nicht. Die erste Nacht unter dem Sternenhimmel, dass ich das noch miterleben soll. Ich bin so stolz. Wir haben so viel erreicht. Wir haben wunderbare Saunawände ohne jeglichen Verzug. Mit perfekter Stabilität an allen Ecken und Kanten. So sieht doch top aus. Auch gar keine Beschädigung an den Wänden. Aber hast ja noch einen weißen Dosenlack. Was soll ich denn machen? Ja, mach das halt. Ja. Hi Leute. Das ist der Handschrauber. Man nennt Max auch den Bettverschönerungsexperten. Sieht super stabil aus. Die bei Iveco werden erstmal alle sagen so, boah, was ein krasser Ausbau, Alter. Die werden sagen, du, das dauert drei Wochen und fahren erstmal in Urlaub mit dem Ding. Ja, ja. So finalen Stabilität würde ich halt echt einfach eine Bodenstrebe machen. Ich hab's gesagt, Leute. Ich hab's auf Kamera, dass ich's gesagt hab. Du solltest zusammenbringen. Kannst du mal deinen Greenscreen da weg machen? Kannst du es einfach nach oben machen. Rast ab. Hast du eigentlich vor, das irgendwie festzuschrauben oder zu fixieren? Oder rutscht du darauf rum, wenn du nachts Yoga machst? Alter. Jetzt sind wir aber alle gespannt. Du hast was alleine gebaut und es hält? Mach diesen Wurm. Warte, warte, warte. Mach den nochmal. Hält, oder? Ja. Wiegt sich ein bisschen, aber hält. Oh, Moistin, ist das warm hier in der Butze. Warum haben wir das nicht schon viel früher fertiggestellt? Das frage ich dich, das ist dein Projekt. Ich hab dir schon viel zu viel dabei geholfen, oder Leute? Warum hast du eigentlich hier die Dinger abgemacht von deinen Bullaugen? Du kannst sie gar nicht mehr zumachen. Da musst du nur noch Pressschrauben. Ja, ja. Auf einmal mag er den IW gut, ja. 10 von 10. Ja, wir brauchen echt hier irgendwas, ne? Ja, ja. Wir begleiten dich sehr gerne dabei, oder, Chad? Also willst du nicht auf beiden Seiten eine Ablage, sondern nur auf einer? So verdeckst du mehr vom Fenster. Ach ja, da ist ja noch eins. Da könnte man dann auch gut eine kleine Beleuchtungsleiste anbringen. Hast du nicht so ein Kram auch gekauft? So LED-Beleuchtungskrämpen? Ja, aber das machen wir ja wann anders. Wir, ja. Das ganze Elektronik-Thema, nachdem der gesamte Ausbau fertig ist. Übrigens, Leute, es ist sogar so, dass wir Elektronik-Schläuche haben, speziell für Camper. Ich hab's Max auch gesagt, dass wir die verlegen könnten hinter den Wänden. Aber er hat gesagt, nein. Das sind voll die Wellen, sehe ich gerade. Ich glaub, du musst die Videos noch mal gucken, weil ich hab die Seite da gemacht und da ist keine einzige Welle. Ja, aber dann trifft sich das ja jetzt umso besser, wenn ich jetzt hier noch einen Schrank hinmache. Ja, im Baumannschrank. Wir gucken zu. Soll ich dir das mal halten? Okay, eine Holzschraube ins Mittag. Einfach geil. Ja, einen Kaltstart nehmen wir noch mal mit. So, was passiert denn jetzt überhaupt? Ich hätte wirklich diese Nacht sehr gerne im Eweco gepennt. Aber gut, jetzt dem geschuldet, dass ich mir so lange Zeit für das Projekt gelassen habe. Aber wir fahren jetzt zum Eweco-Hendler für den Zahnriemenwechsel. Ich hoffe, der stört sich nicht allzu dran, dass es so aussieht, als würde ich hier drin wohnen. Jägermeister habe ich noch rechtzeitig entfernt. So, mal gucken, ob das Ding startet. Der stand jetzt auch schon wieder. Der stand so lange. Was soll? Mach's da rein. Gib mal Chrysler-Schlüssel. Das ist Chrysler-Fan. Ja, lost. Die Schritte werden erklommen. Letzten Momente. Ist das das letzte Mal, dass er den Eweco sieht? Man weiß es nicht. Hier hast du deinen türkisen Würfel. Viel Spaß. Ja, ich bin mal gespannt. Es wird auf jeden Fall... Ach, ich habe gar keinen Stift. Was für einen Stift? Nein. Boah, stinkt das hier. Das ist ein bisschen zu zigere. Hiermit bestätige ich, Maximiliano, dass sie meinen Eweco verschrotten dürfen. Das wissen die Leute gar nicht. Guck mal. Guck mal, Leute. Die Pappe, die er da untergelegt hat. Umweltbewusste Boss. Sorry wegen den Ölflecken auf eurem Parkplatz. Es ist mir auch einfach egal. Nett mit dir, Eweco. Dieses Dach da oben. Ja, das wird auf jeden Fall den einen oder anderen Lacher bedeuten. Ist das hier auch eine TÜV-Station? Ich hoffe nicht. Aber ich finde es wirklich krass, wie viele LKWs hier stehen. Ja, Eweco ist halt echt ein LKW-Game. Tja, das war es mit dem Eweco. Es war eine tolle Zeit. Vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt. Jetzt wird er leider verschrottet. An dieser Stelle würde ich sagen, lasst ein Abo da. Glocke aktiv. Vielen Dank fürs Gucken des Videos. Däumchen während Träumchen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Piu.